Guten Abend Freunde und willkommen zu einem anderen Video und zwar Läufend der Zeit auf meinem Kanal verschiedene Projekte, The Secret Silicate, The Secret Odyssey, GTA V Da muss ein bisschen Abwechslung kommen, ich habe ein paar weitere Meinungsvideos geplant Die kommen auch demnächst Aber ich wollte euch noch mal fragen, soll ich noch ein Spiel abseits der anderen Spiele zocken Wenn er dann sucht, sucht euch mal eins aus Ich kann auf jeden Fall ankündigen nach Assassin's Creed Sinicade Und ausschließlich auch nach Odyssey würde ich Assassin's Creed Black Flag Let's Playen Versucht euch einfach mal aus Hier ist der erste Stabel Welches Spiel ich denn machen soll Abseits Entscheidet euch gut Prey habe ich noch gar nicht angezockt Fällt mir gerade ein, das könnte man auch mal zocken So, hier nochmal, könnt ihr euch das in Ruhe anschauen Ja, und dann schreibt es einfach in die Kommentare, welche Spiele ihr wollt, sehen wollt Werde ich versuchen dann mein Video rauszubringen Falls nicht, dann halt nicht Und ja, das war's Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, welche Spiele ihr wollt Oder was ihr allgemein sehen wollt Und ich werde es dann versuchen Auf die Palme zu bringen Also zu Um es Ich versuche es rauszubringen Zu diesem Sinne auch einen schönen Abend und Peace Und bis